Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Nebenprojekt. Und zwar, wir spielen Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Ja, und ich werde das Spiel blind spielen. Ich habe es nur kurz angespielt. Alles löschen. Gut, ich würde sagen, lass uns beginnen. Also, ich habe das Spiel erst einmal gesehen. Und zwar in einem Let's Play. Und soweit ich weiß, gibt es hier noch ein paar Kleinigkeiten, die... Oh, okay, das fängt immer gut an. Also, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die es nur hier in diesem Part, also in diesem Let's Play, also in diesem Spiel gibt. Nicht in diesem... Oh, man! Das fängt schon mal super an, wenn ich gleich mal zweimal richtig faile. Und die Musik ist auch richtig episch. Zack! Weg hier, weg hier, weg hier. Und weg da. Yeah, ein Schwämmchen! Wow! Jetzt bin ich riesengroßer Mario-Mann. Und da kommt wieder so ein Goomba. Und rein da. Also, ich schaue, dass sie ziemlich in alle Höhlen hineinkommen. Und so ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, ist die Musik ein bisschen zu laut? Also, wenn es euch zu laut ist, bitte meldet euch. Ich werde jetzt diesen Part einmal drehen und dann mal hochladen dann. Und, ja... Wow, das war ein bisschen knapp. So, ähm, wie kommt man da hin? Ah, okay, so kann man da nochmal. Da kann man sowieso nichts machen. Gut. So, so wie gesagt, es ist für mich Tiles Blind. Und dann habe ich es einmal vor kurz angespielt. Und die Glocke müssen wir leiten. Das ist ein Safe State, glaube ich. So, so weit ich weiß. Goomba, geh weg, du Koopa. Yeah! Die Feuerblume. Yeah! Und wir haben statt der Feuerblume so ein komisches Hütchen. Yeah! Und wir werfen mit, äh, keine Ahnung, was das ist. Und was ich auch weiß, wir können einen komischen Drehsprung machen. Yeah! Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass der Drehsprung überhaupt aufgetaucht ist. Ich weiß das nicht genau. Und in Richtung werfen wir sogar noch etwas. Yeah! Banschigwawa! Und mit der Feuerblume können wir diese komischen Blöcke hier zerstören. Und natürlich, Pflanzchen, komm her! Yeah! Gdum, gdum, gdum! Nix! Oh, schade. Zack, zack! Zack, zack! Nix! Auch gut. Hm, schade. Ah, Goomba, zack! Goomba, komm her, da! So, und was ist hier? Kann man nach oben? Und da kann man die Glocke läuten! Äh, für was die Glocke auf sich hat. Und hier unten sieht man... Ah, da kann man ein Minispiel machen! Also, was man haben will... Und? Wir bekommen eine Karotte. Und was zum Teufel ist eine Karotte? Hey, wir haben Flugohren! Okay. Ähm, ja, was müssen wir hier tun? Hä? Jetzt hat er Schildkröte geschnappt. Ah, das ist, glaub ich, die Welt, die was wir machen können. Ja, fahren wir doch gleich mal hier an. Gut. Dann betreten wir gleich das erste Level. Oh, man kann die ganze Zeit dauerhaft springen. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Boah, war's just a- Boah, war's just a- Oh, mein Gott! Cheep cheeps! oh mein gott da muss man richtig aufpassen und was haben wir hier schönes ich würde ungern meine Fähigkeit hergeben zu fliegen tipptipp so ähm, ja er riefische Luft und gehen wieder runter eigentlich könnte ich das ganze Level durchfliegen, aber das will ich nicht machen ich bin doch Let's Player we laugh to entertain you oh tippt tippt, geh weg da hey, da sind Münzen blick blick boah, das ist ein oh man, und ich nenne diesen hey jetzt hey 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 man oh na, schade aber hier gibt es sicher eine Feuerblume ja, das war so klar yeah, und wir sind wieder ein indianer johu jo indianer mario wir sind indianer, statt indianer jones sind wir indianer mario ah, da gibt es Kohle komm her, hey 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 du bist hey hey, hey hey, hey hey, hey oh, und der mario du 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 hallo, hey, hey, hey der hey, hey oh, du pfff nein du teufel, du fühlst mich wieder verloren ich will da rauf ich versteck mich ich versteck mich hey, 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 hey bams rauf da und wir läuten die Glocke ich glaub nur wenn man die Glocke läutet kommt man in dieses Minispiel und ich bin wie ein Hasen ok, drei Leben sind auch ok kann man gut gebrauchen ich glaub dieses Minispiel gibt es auch nur hier hä, schlafender Wal ja, und was müssen wir eigentlich machen ich glaub wir müssen 6 Coins finden ah, ich hasse Wasserwelten so sehr ihr wisst es ja leute ich hab sie damals schon als Super Mario Bros nicht gemacht aber Super Mario Bros 3 und Super Mario Land auch nicht super was kann ich mit dem machen das ist nichts kann man da rein? nein hmm oh, Skelettfisch verdorbener Fisch der ist dann krepiert oh, die kennen wir auch nur zu gut was sind wir denn hier herunter hä? kommt man da ah, Mann oh, du wow die gibt es hier schon? ah, sein Haaren yeah, ich bin wieder ein Häschen na, 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 na ich kann fliegen und du nicht na, 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 na ok, da kommt man eh nicht weiter oh, Mann ich hasse diese Tichie oh, oh, wow oh, 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 oh was gibt es hier? was gibt es hier? was gibt es hier? was gibt es hier? da geht es immer weiter nach oben oh, oh opa ich will da rauf flieg, 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 flieg Mario ups komm her da ich hab dich gekillt kommt man da durch? aber ich glaube nur das kleine Mario ich kann fliegen du nicht ok, das kann man nicht zerstören hä? wie soll man da bitte ah, so aber da muss man aus dem Wasser springen das erzählt das ist auch langweilig Koopa du, 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 du Bounce hä? du böser Koopa du hast mich einfach gebämmst hey, ich will rüber ich hole mir das jetzt ich hole mir das jetzt ich hole mir das jetzt din 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 ähm aber kannst bitte rauf ja, dankeschön vielen Dank fürs raufklettern soo langsam, langsam fern close du schießt mich nicht noch da dann ich hoffe aber wo ist das? hallo? hä? wo ist das? wollen wir die verarschen? hä? wie kommt man da rüber? oh nein die haben mich erwöhnt oh scheiße die war glaube ich nicht von speicherpunkt oh man gut, aber safe stehen würde ich natürlich auch nicht so, da kann ich nicht Geld heidi, bye heidi, heidi deine Welle ist der Tohado nein, 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 nein böse Skelettfisch, du er wird kräftig gefehlt yeah, Mario Huxel wieder das schaut so cool aus ich glaube, um die Mützen kann man sie irgendwie kaufen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe oder war das woanders? schwimm schwimm, schwimm, schwimm so, ich glaube da unten haben wir die Hasenbäumen vorbekommen hallo, ich will da durch da ist irgendwo ein Block ein Geheimnis ja, hey cool, man wird sofort Hasenbäumen cool das habe ich auch nicht mehr gewusst na gut, ich habe es nur einmal in das Play gesehen aber sonst Flieeg yeah runter rauf, runter rauf das ist so cool ähm hä, wieso nicht lecken nein, nicht lecken ja, aber mir wird jetzt wirklich interessiert, wie man da hinkommt Schuss aha nicht getroffen na 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 Die Musik hier ist echt episch, muss man schon sagen. Wie kommt man da hin, verdammt? Hä? Ich check das nicht. Das ist sinnlos. Hallo, Schwimm Mario. Ich bin, glaube ich, einfach zu blöd dafür. Hallo. Das ist aber eine knifflige Stelle gewesen. Und da auch. So, da kommt man. Ich übelst gar nicht erst probieren. Sonst fehle ich eh wieder. Achtung. Ähm, gehen wir mal an Land. Hallo, Koopa? Weg da. Weg da, Mario ist in das Haus. So, wo gehen wir da jetzt hin? Hä? Da ist nicht locker. Okay, jetzt haben wir mal gespeich. Puh. Das war aber jetzt knapp. Und da kommt man wieder durch. Hä? Wo sind wir denn hier? Hä? Wo kommen wir hier hin? Kommt man da runter? Okay, da ist eine Feuerblume. Und wo sind wir denn hier? Geht's hier endlos weiter? Kann man es wieder ändern für ihren? So, wie... Ah, da kommt man da wieder raus. Okay, das ist... Nein, das hört man nur aus dem Bohr nimmer. Oh... Oh... Hä? 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 Hä, was ist das? Was war... Was war das? Ok, wo kommen wir jetzt hier wieder hin? Wann ist das Level abschließen heute? Oder? Gleich? Jetzt? Sofort? Bitte? Hä? Na gut Leute, ich glaube wir machen jetzt gleich einen Cut. Müssen wir ja auch machen. Die Zeit ist ja schon gut. Oh man. So, Leute. Wir werden hier jetzt einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's play Super Mario Land 2. Leute, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.